hallo meine lieben freunde des gepflegten kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen video heute wieder zum thema home assistant und zwar hat mich ein user gefragt ob wir uns mal das thema luftdaten info anschauen können das thema feinstaub ist ja schon ein bisschen in den medien wieder abgeklungen aber nichtsdestotrotz genauso aktuell und insofern schauen wir uns heute mal gemeinsam an wie wir uns feinstaubdaten zu unserer aktuellen position in unserem home assistant anzeigen lassen können wir nutzen dazu den dienst luftdaten.info und dabei handelt es sich um eine webseite die die daten von sensoren sammelt und zentral bereitstellt zusätzlich dazu bieten sie auch eine anleitung wie man einen solchen sensor selber bauen kann das möchte ich in diesem video nicht behandeln in diesem video binden wir einfach nur vorhandene sensoren erst mal ein wenn euch das thema aber interessiert und ihr sagt ich soll hier auf dem kanal auch mal so einen sensoren nachbauen und euch zeigen wie das ganze funktioniert wie das dann auf luftdaten info zu integrieren ist dann können wir das gerne machen lasst mich das unten in den kommentaren gerne wissen aber wie gesagt heute binden wir erst mal nur bestehende sensoren aus unserer umgebung in unser home assistant ein falls ihr vorher schon loslegen möchtet und euch so einen sensor selber bauen wollt wird es mich natürlich freuen wenn ihr mich über das amazon affiliate programm unterstützen würdet heißt bevor ihr die teile bei amazon bestellt geht eben kurz unten in die video beschreibung klickt auf meinen amazon affiliate link gebt dann ganz normal eure bestellung auf kostet euch natürlich keinen cent mehr aber ich würde eine kleine provision für eure bestellung bekommen und ihr würdet somit meine arbeit riesig unterstützen würde mich riesig freuen an der stelle vielen vielen dank dafür und ich würde sagen wir legen jetzt direkt los mit dem video so hier sind wir jetzt in meinem home assistant und ich würde sagen wir legen auch direkt los und zwar werfen wir direkt mal einen blick in die integration für unsere luftdaten das ganze ist eigentlich relativ simpel ihr seht wir müssen uns eine id von unserem sensor den wir einbinden möchten holen diese sensoren bekommen wir von der feinstaub map die uns von luftdaten info zur verfügung gestellt wird schauen wir uns aber vorher mal eben kurz die konfiguration an und zwar müssen wir nachher über den punkt konfiguration eine integration hinzufügen wählen aus der liste luftdaten aus und folgen den anweisungen auf dem bildschirm alternativ hat man auch die möglichkeit das ganze manuell in der configuration yaml zu konfigurieren und zwar mit dem eintrag luftdaten doppelpunkt in der configuration yaml da müssen wir natürlich aber noch weitere werte hinterlegen und zwar natürlich erstmal die sensor id die wir oben aus der map nachher erstmal ermitteln dann gibt es hier den parameter show on map mit dem wir angeben können ob wir die position des sensors auf unserer karte im home assistant sehen möchten oder nicht standardmäßig ist das deaktiviert dann können wir ein scan intervall angeben in welcher frequenz die werte der sensoren aktualisiert werden sollen und über den parameter sensors können wir zusätzlich noch angeben welche sensor werte des sensors wir denn überhaupt sehen möchten der sensor wert p1 berücksichtigt alle partikel von 10 mikrons oder kleiner p2 berücksichtigt nur noch die partikel die 2,5 mikrons oder kleiner sind die partikel die der sensor p1 registriert also die partikel die kleiner gleich 10 mikrons groß sind die können bei menschen in die nasenhöhle eindringen die partikel vom p2 sensor also die 2,5 mikrons oder kleiner sind die sind dann schon noch ein tick gefährlicher denn die können sogar in bronchen lunge oder bis in das lungengewebe oder in den blutkreislauf gelangen das nur mal immer als ganz kleine rand info zu diesen beiden feinstaub partikel sensoren ja und temperatur luftfeuchtigkeit und luftdruck muss ich glaube ich nicht weiter erläutern ihr müsst in der liste einfach gucken welche dieser werte werden von eurem sensor denn überhaupt geliefert es kann also sein dass einige sensoren vielleicht nur temperatur und luftfeuchtigkeit liefern oder vielleicht auch nur p1 und p2 oder so das müsst ihr für euren sensor in der liste überprüfen und könnt dementsprechend optional hier konkret hinterlegen welche werte euch interessieren und welche nicht wie ihr aber seht sensors ist optional müsst ihr nicht angeben die sensor id reicht wenn ihr nichts weiter an gibt werden einfach alle werte geliefert hier seht ihr noch mal ein vollständiges beispiel wieso eine definition in der configuration jammel aussehen sollte und jetzt würde ich sagen fangen wir noch mal von vorne an und richten mal unseren sensor im home assistant ein bevor wir aber mit der wirklichen einrichtung beginnen werfen wir mal noch einen kurzen blick auf luftdaten.info das ist also die homepage auf dieser homepage findet ihr auch immer aktuelle informationen zu dem projekt und über feinstaub im allgemeinen und was ich besonders interessant finde jeder kann sich hieran beteiligen wie ihr hier seht baue einen sensor und werde teil des weltweiten civic tech netzwerks jeder hat die möglichkeit diese sensoren nachzubauen bei sich zu hause zu installieren und die werte hier in dieses Netz mit einzuspeisen und somit auch andere von dem eigenen sensor profitieren zu lassen dazu gibt es hier oben auch eine bauanleitung feinstaubsensor oder lärmsensor wir schauen uns mal den feinstaubsensor ganz kurz an das sind alle komponenten die benötigt werden hier seht ihr eine note mcu hier ein wettersensor und das hier ist der feinstaubsensor das ganze gibt es einmal als vorgeflashtes sensor kit kostet glaube ich 50 euro oder eben als einzelteile kann man sich das ganze natürlich auch bestellen und selber bauen wenn euch das hier interessiert wie man das ganze hier selber baut dann lasst mich das gerne mal in den kommentaren wissen dann würde ich dazu mal noch ein video machen und so ein sensor einfach mal im video selber nachbauen und mal hier in dieses luftdaten infonetzwerk einbinden das wollte ich euch aber nur mal eben kurz gezeigt haben heute schauen wir uns erstmal nur an wie wir bestehende sensoren in unser home assistant einbinden können um jetzt also unseren sensor zu finden wechseln wir jetzt mal auf die feinstaub map und suchen jetzt erstmal unseren standort so und ihr seht jetzt hier schon auf der karte hier sind diese grünen sechsecke oder hier ist auch mal ein gelbes sechseck und die farbe signalisiert wie man schon vermuten kann hier den wert des eigentlichen sensors grün befindet sich also noch im unteren bereich in diesem bereich ist also der feinstaub wert schon etwas höher als überall anders bei den grünen bereichen wähl jetzt hier mal einfach einen sensor aus klick jetzt hier mal auf plus und dann seht ihr hier schon wir erhalten hier sowohl pm 2,5 als auch pm 10 werte können die historie der letzten 24 stunden hier einsehen so und diese id die brauchen wir jetzt kopiere mir die id jetzt also hier mal raus und diese id müssen wir jetzt bei uns im home assistant hinterlegen wir gehen also jetzt hier mal in den file editor befinden uns jetzt hier schon in der configuration yaml sollte das bei euch noch nicht der fall sein und ihr steht in der anderen datei einfach hier oben auf den ordner klicken hier configuration yaml auswählen so und dann gehen wir mal nach hier unten und fügen jetzt hier erstmal einfach nur die sensor id ein und was wir jetzt noch brauchen ist natürlich dieses beispiel zur luftdaten integration das kopiere ich mir auch wechsel wieder in den file editor füge das ganze hier ein und jetzt nehmen wir die sensor id und packen das hier oben hin und das war es eigentlich schon wir haben jetzt die integration luftdaten aktiviert haben ihm gesagt welchen sensor wir haben möchten haben hier gesagt wir möchten den sensor auf der karte sehen und sensors monitored conditions haben wir aktuell gesetzt auf temperatur und luftfeuchtigkeit das ist jetzt natürlich noch quatsch uns geht es ja gerade hauptsächlich um die werte von p1 und p2 deshalb fügen wir diese beiden jetzt hier auch noch mit hinzu und sagen einfach mal speichern so jetzt haben wir den sensor soweit angelegt damit home assistant jetzt die änderungen an der konfiguration auch mitbekommen müssen wir das system einmal neu starten dafür gehen wir auf einstellungen server steuerung prüfen einmal die konfiguration konfiguration ist in ordnung und wir sagen neu starten so home assistant wurde neu gestartet und wir schauen mal was wir für neue sensoren haben ich gehe dazu mal in die entwickler werkzeuge und suche jetzt hier einfach mal nach luft und dann seht ihr hier schon haben wir hier zwei neue sensoren bekommen p1 und p2 also temperatur und luftfeuchtigkeit die wir in der konfiguration mit angegeben hatten werden von diesem sensor hier scheinbar nicht unterstützt aber uns geht es jetzt im video ja eh um die luftdaten und die sehen wir hier der wert von p1 also bis zu 10 mikrons liegt bei 8,67 und der wert von p2 liegt bei 3,6 hier unten sehen wir die einheit des ganzen ist mikrogramm pro kubikmeter hier sehen wir auch noch mal die sensor id die gps koordinaten und ein icon ja und dann würde ich sagen binden wir doch diese beiden sensoren mal bei uns in der oberfläche ein ich gehe dazu mal in die übersicht wir sagen hier oben benutzer oberfläche konfigurieren ich lege mal einen neuen reiter an sage speichern so und hier fügen wir jetzt eine neue karte hinzu nehmen wir als erstes mal die elemente karte schmeißen hier alle entitäten raus und ich suche einfach mal nach p1 da ist schon unser erster sensor und p2 unser zweiter sensor so und so haben wir jetzt immer die aktuellen luftdaten schon mal in der übersicht natürlich können wir das ganze auch als history grafik einbinden und zwar wenn wir die sensor karte nehmen und jetzt suchen wir hier zum beispiel nach p1 wählen unseren sensor aus sagen jetzt hier speichern und jetzt seht ihr hier einen grafen der den aktuellen verlauf dieses sensor wertes darstellt da unser sensor bisher nur diesen einen wert abgerufen hat ist es jetzt noch eine gerade linie normalerweise wäre hier jetzt natürlich ein schlangenförmiger verlauf zu sehen wo ihr sehen könnt wie der wert gestiegen beziehungsweise gefallen ist so jetzt haben wir ja den manuellen weg gewählt wir haben also den gesamten sensor hier über unsere konfiguration jammel komplett von hand erfasst wenn ihr hier diesen konfigurations weg wählen möchtet und nicht alles von hand eingeben wollt dann können wir uns das ganze auch noch mal eben anschauen das einzige was ihr dann machen müsst ist ihr müsst diesen eintrag nämlich luftdaten doppelpunkt in eurer konfiguration jammel angeben heißt ihr geht auch in den file editor tragt dann aber eben nicht den gesamten sensor ein sondern müsstet dann nur diese eine zeile luftdaten doppelpunkt hier angeben dann das system einmal neu starten und wenn ihr dann auf einstellungen integrationen wechselt könnt ihr dann hier unten auf integration hinzufügen klicken wenn ihr jetzt hier nach luftdaten sucht dann taucht auch hier die integration luftdaten auf habt ihr die zeile nicht in eurer konfiguration jammel hinterlegt werdet ihr diese integration hier wahrscheinlich auch nicht finden wir klicken einmal kurz hier drauf so und jetzt müsst ihr hier eure sensor id eintragen wir wählen einfach mal einen anderen sensor nehmen wir mal hier 4166 dann hier also 4166 sagen absenden und die konfiguration für den sensor 4166 wurde erstellt so und jetzt seht ihr auch beide sensoren hier in der luftdaten integration wir können ja auch noch mal draufklicken und sehen dann hier zwei entitäten wieder p1 und p2 und natürlich können wir auch diese hier ganz einfach noch mit hinzufügen hier seht ihr es 4166 und dann auch wieder p1 und p2 wir sagen speichern und fertig sind die vier sensoren wie immer haben wir natürlich auch noch die möglichkeit dass wir jetzt hier zum beispiel den namen überschreiben sagen wir mal zum beispiel p1 ich glaube das ganze war intente und dann seht ihr wird das ganze nicht mehr als luftdaten mit der sensor id angezeigt sondern ihr seht ihr das ist der p1 wert intente und genauso könntet ihr das jetzt natürlich auch noch für die weiteren sensoren abändern und anpassen wie ihr das gerne hättet aber ich denke das soll es erstmal zur integration gewesen sein viel mehr gibt es hier glaube ich an der stelle nicht zu sagen ja soviel zum thema feinstaubdaten in home assistant anzeigen lassen ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr konntet mir bis hierhin folgen sollten doch noch irgendwelche fragen offen sein stellt sie mir gerne unten in den kommentaren ansonsten könnt ihr auch gerne für fragen oder zum austausch zum thema home assistant arduino raspberry und co immer gerne bei uns auf dem discord vorbeischauen link dazu blende ich euch hier auch nochmal ein und verlinkt euch das ganze auch oben in der infobox ansonsten hoffe ich natürlich hat euch das video gefallen wenn ja zeigt es mir gerne mit einem daumen hoch abonniert auch direkt den kanal und klickt auf die glocke damit ihr kein video mehr verpasst ich würde mich freuen wenn wir uns im nächsten video wiedersehen verabschiede mich hiermit und sag einfach bis zum nächsten video ciao